Meine Damen und Herren, das Thema Vitamine, ja, das beschäftigt ganz, ganz viele Menschen. Vitamintabletten, Nahrungsergänzungsstoffe mit Vitaminen, das sind alles Präparate, die ja in Deutschland fast eine Milliarde Umsatz machen. Jeder nutzt etwas, viele sind sehr überzeugt davon, es stellt sich aber nun die Frage, gibt es da auch wissenschaftliche Daten, die zeigen, dass diese zusätzlichen Vitamine über eine ausgewogene Ernährung irgendetwas bringen. Und da gab es in den letzten Jahren so ein paar Hinweise, dass möglicherweise zu viel Vitamine bei bestimmten Personen, zum Beispiel bei Rauchern und Vitamin C, sich eventuell auf die Krebsentstehung sogar ungünstig auswirken. Krebs ist eine Sache, Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt und Schlaganfall ist ein zweiter Erkrankungskomplex und da stellt sich die Frage, hilft es, wenn es bei Krebs nicht hilft, hilft es dann vielleicht etwas bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und diese Frage haben nun Wissenschaftler aus den USA anhand von einem sogenannten Meta-Analyse und einem systematischen Review, das heißt, die sind hingegangen und haben sich in der Literatur nach bestimmten Stichworten versucht, möglichst alle Arbeiten zu finden, die sich mit Multivitaminpräparaten und der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit beschäftigen, herauszufinden, haben die dann systematisch untersucht und haben insgesamt 18 Arbeiten gefunden und hatten nun einen Überblick über fast 2 Millionen Menschen. Und das Ergebnis von ihrer Analyse ist sehr ernüchternd. Es kommt heraus, dass, ob sie die Vitamintabletten nehmen oder ob die Personen, die nicht nehmen, es keinen Unterschied gibt bei der Herz-Kreislauf-Sterblichkeit, bei der Sterblichkeit für Herzinfarkte oder auch bei der Sterblichkeit aufgrund von einem Schlaganfall. Also diese Daten zeigen, hinsichtlich der Sterblichkeit bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen macht es überhaupt keine Rolle, spielt es überhaupt gar keine Rolle, ob man die Präparate nimmt oder nicht. Es zeigt sich aber auch, dass wir hier sehr viel Geld sparen könnten. Also in Deutschland eine Milliarde Euro könnte man einsparen, denn es macht keinen Unterschied, ob sie die Tabletten schlucken im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Sterblichkeit oder ob sie die in die Tonne werfen. Ich persönlich bin eher für eine ausgewogene Ernährung und keine Tabletten, aber das muss jeder selber wissen, wofür er sein Geld ausgibt. Ja, ich hoffe, das war für Sie eine interessante Information und ich wünsche Ihnen eine rezeptfreie Zeit.